Hallo, herzlich willkommen beim 20-Minuten-Corona-Telefon. Liebe Kinder, was haltet ihr von Corona? Oh nein, es ist blöd. Ich finde es traurig, dass so viele Leute am Coronavirus sterben. Und ich freue mich riesig, dass ich meine Grossheit endlich wieder umarmen kann. Ich finde es blöd am Coronavirus, dass ich nicht mehr so viel mit meinen Freunden abmachen kann. Aber das Coole ist auch, dass meine Eltern zu viel zu Hause sind, weil sie auch zu Hause arbeiten. An Neujahr hatten wir Corona und es war so, dass ich zwei bis drei Wochen lang nichts mehr nachher geschmückt habe. Und wir haben viel zu viel Salz ins Essen getan und wir haben es immer noch nicht geschmückt. Also drei Esslöffel hat man das Gefühl hier und man hat immer noch nicht geschmückt. Und zum Beispiel, wenn meine Schwester vor mir aufs WC gegangen ist, früher hat es immer gestunken. Und jetzt, als ich Corona hatte, hat es einfach nachher nichts geschmückt und ich konnte einfach nichts kapieren. Der Coronavirus ist dumm. Und wegen dem Coronavirus kann ich nicht in Deutschland gehen, auch nicht in Boxen trainiert, auch nicht im Boxmann. Und wegen dem Coronavirus kann ich nicht mehr ins Kino gehen und auch nicht mehr ins Hallenbad. Ich finde Corona doof, weil man in der Schule Maske tragen muss. Und im Hort, einfach überall auf dem Schulgelände. Meine Mutter sagt immer, Hemmwäsche, Hemmwäsche, Hemmwäsche. Das stört so, wegen der blöden Corona. Das stört so, wegen der blöden Corona. Untertitelung des ZDF, 2020